Das muss weiterkommen. Da muss man gute Bilanz finden. Und da haben wir immer ein bisschen Sorge. So wilde Bewegungen sind uns eine Sorgen. Es muss gut unterbaut sein. Und auch unsere Minister, Habeck und Jetten, die jetzt reden, was ist möglich, was ist vernünftig. Die haben jetzt ihre Gespräche. Das ist keine Ideologie, aber jedes Mal schauen, was wäre am effektivsten, was funktioniert in der Praxis. So, die haben ja gesprochen. Und das Schwierige, wenn auf einmal dann einer wechselt, mitten im Satz. Ja, 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 das haben wir nicht gekriegt. Aber ich glaube, ich habe es richtig. Die waren ja schnell. Aber haben alle auch unheimlich schnell gesprochen, muss ich sagen. Aber ja, so ist das mit Pressekonferenzen. Die wollen das in der Zeit. Wesentlich besser. Ich sehe, wenn ich sie eher nicht bei mir hätte, wäre das für mich schluck. Ja. So wie es los ist, ja. Ja. Aber ich habe mich gewundert, dass unser Ministerpräsident Niederländer spricht. Und ich habe gar nicht gedacht, dass alle so ein Irrchen in den haben. Also, von Herrn Scholz habe ich es gesehen, dass er das ab und zu hat. Wie? Mas so, man... Untertitelung des ZDF, 2020